Briatos. Briatos gilt als ein Schutzengel. Briatos gilt insbesondere als Engel, der einen schützt vor Dämonen. Da die Dämonen angesehen können werden, als Kräfte, die innerlich sind und einem zum Negativen hinbringen, ist Briatos der Engel, der die guten Vorsätze umsetzen hilft. Briatos, also auch der Engel, der hilft, gegen eigene Negativitäten anzugehen und zur höchsten Kraft hinzukommen.